und klinik und sehr toll die den röder röder mann so eben gesagt wurde was das was ihm gesagt wurde kann noch mal geholt werden punkt.wähden punkt war gerade wasser wahrt holen sei froh dass sie hier links erlaubt sind Seid froh, dass ich Mobotnüsse eingeschätzt habe, sonst hätte ich dich jetzt gebannt, glaube ich. Ja doch, du bist ja nicht als Regel eingeschrieben. Muss ich noch machen, nein, naja. Von wo denn an? Von was für der Anmeldung und wo oder wie oder was? Oder was? Weil ich war nämlich eben kurz auch nochmal weg wegen Telefon. Ja, was war ich jetzt? Ich war drunter. Das Einrohr einmachen, einmachen. Hin und wieder. So, ich glaube in ein paar Stunden bin ich dann auch endlich mal da. Was für ein hin und wieder? Hä? Warte. Was soll das, was ist du? Was für ein hin und wieder? Ich habe voll vergessen, was ich gesagt habe. Du darfst mir nicht übel nehmen, du kennst mich. Dass ich gerne mal vergesse, was ich sage. So, ich bin doch jetzt auch noch nicht, oder? Ja, aber ich habe ein schlechtes Trotz-Zeitgedächtnis, das war ich selber. Wegen der Anmeldung. Anmelde... Anmelde... Anmeldung. Achso, ja, also. Und... Hast du das nicht gehört? Das Telefon. Ich habe nur irgendwas von Anmeldung gehört. Also, das Telefon hört man gar nicht. Okay, gut. Also, ähm, unten in der Videobeschreibung ist eine Videobeschreibung. Ich sehe es auch schon wie YouTube. In der Stream-Beschreibung ist doch ein Link unter, wenn der Stream-Elect oder ähnliches. Oder so ähnlich heißt der. Und wenn du da drauf gehst, läuft es bei den meisten besser. Bei dir hattest du das Problem, dass du da nicht mal angemeldet hast und dass der Chat nicht funktioniert hat. Wo ist da? Ich weiß nicht, ob es jetzt zu tun ist, wo du dich angemeldet hast und kannst es ja mal testen mit dem neuen Tab und das, wenn du Lust hast. Weil bei den meisten läuft der Streamer meistens besser. Weil der halt nicht so... Der geht ja nicht direkt über Twitch, ne? Korax, oder wie du mir das erklärt hast. Richtig. Und daher... Läuft das meistens besser. Nicht immer, es kann auch sein, dass... Ja, nicht immer natürlich. Ja, es kann aber sein, dass es besser läuft. Kommt natürlich auch auf den einzelnen an und auf Twitch, ob sie Bock haben. Alter, was ist das hier? Und wenn der jetzt Twitch-Elect oder total überfordert ist, dann bringt der Link auch nichts mehr, den, wo ich da erstellt habe. Creeper! 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 Oh, Alter. Entschuldigung, dass ich jetzt so... Also ich muss... Ich muss... In welche Richtung muss ich jetzt graben? Hä? Korax, hier ist ne Farm. Welche Farm? Hier ist ne... Hier ist ne... Das gehört doch bestimmt irgendjemanden. Hier ist ne Farm mit... Äh, mit Rosenblättern und ne... Workbench. Wo komm ich denn da... Wo komm ich denn hier raus? Hier ist nix. Hier ist ne Tür, die ist nichts hier. Wo bist denn du? Ach, das ist da! Ja, das ist, äh, Mito's Haus. Wie bist denn du da reingekommen? Über... Hier... Über... 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 Hier drüber. Weil ja hier in... Äh... In dem Gang... Also... Warte... Äh... Ne, ich bin hier falsch. Ach, verdammt. Ich und Orientierung. Das hat mich total verlaufen. Aber du hast nicht aus Versehen reingrauben, oder? Nein, da ist ein Loch im Gang von Tommy. Und das wollte ich nicht zumachen. Und da bin ich weitergelaufen. Und, äh, ja. Und da bin ich halt hier gelandet. Wo bin ich denn jetzt nochmal lang? Hier. Ja, aber das Loch ist wieder zu, oder? Äh, ich konnte jetzt sagen, wo der Ausgang ist. Äh... Äh, 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 nein. Hier ist eine Mine. Ja. Äh, äh, ich bin grad verwirrt. Wo gehst du denn nochmal raus? Äh, warte, äh, Herr Rooster, was geschieht? Ein Problem war, das Feld für Anmeldungen nach ersten Versuch weiß blieb. Bei Registrierung verschwand einiges von den Feldern. Bei Internet-Xpillera funktioniert es jetzt direkt bei Twitch. Ach so. Okay. Ja, ich hab keine Ahnung, warum das Video nicht funktioniert hat. Bei mir hat es nämlich ja damals auch funktioniert. Ach, nee. Bin ich hier... Äh, nee, hä, wo bin ich denn hier rausge- reingekommen? Nee. Nee, das war ja die Tür. Vielleicht da? Ah, ja. Ja, genau. Aber... Genau hier. Hier ist nämlich das, das Loch. Ja. Weil das... Da wollte ich aber jetzt ein gesamtes Loch zumachen. Da mach ich das aber nur... Hier die... Hier das zu. Bist du rausge- reingekommen? Nee, nee, ich, äh... Ich geh zum richtigen Ausgang raus. Dann sperre ich dich eben mal ein. So. Also eine Spezette kaputt, ne, super. Es war eigentlich nur, äh... Cobblestone, aber, naja. Da kann sie eben jetzt den Weg machen. So. Ja, also... Oh, da hängt die noch. Ähm. Äh... Leckt mal, was ich fragen wollte. Leckt das Spiel im Stream auch so, weil bei UBS leckt das Spiel irgendwie. Kann natürlich sein, dass es wegen der niedrigen FPS ist. Sieht aus, es würde das Spiel ruckeln. Ruckelt das auch im Stream oder ist das Ganze mal für sich? Größer. Jetzt, wo du da bist, könnte ich dich auch mal fragen. Das wird mir nämlich schon seit längerem auf, dass das irgendwie... ...so komisch ist. Keine Ahnung, was das ist. OBS nimmt das auch nicht alles auf. Habe ich ja erst letztens gemerkt. Schauen wir mal, wo ich hin muss. Da muss ich auf Minus. Weil es letztens, ähm, Korax, wollte ich ja dieses Despair aufnehmen. Dieses Trash-Horror-Spiel. Ja. Im Stream. Und das hat ja nicht funktioniert, weil der blöde OBS meinte, ne, das nehme ich halt auf. Ne, ne. Wie ich meine Bitch. Da, 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 da. Weiß das Telefon hört man nicht, das Mikro, aber solche blödes Grube hört man. Schau mal. Da muss ich auf Minus. Also. Ganz leichter. Ist ja dann in die Richtung. Ganz leichter. Ganz leichter. Das liegt aber nicht an mir, oder? Korax. Ganz ganz leicht. Wenn es ganz leichter. Wenn es ganz leichter im Stream gibt, liegt das an mir, an mir, oder? Ne, ne. Da kannst du nichts dafür. Da geht's ins Minus. Okay, ich muss jetzt da und dann links. Also, ich grabe mir jetzt auf Minus 750. So. Zumachen. So. Ach ja, äh. Sorry, das im Bahnhof, das repariere ich dann später. Obwohl, das könnt ihr ja gleich machen. Die habe ich allerdings auch in der Mitteilung. Moin Blackshaw, hallo. Ähm. Da ihr zu zweiter Seite wollt ihr Song-Requests machen? Wenn das bei euch funktioniert, heißt das. Dann mache ich nämlich jetzt an. Wenn ihr sie haben wollt. Sagt einfach nur, wenn ihr Song-Requests haben wollt bei so einem Spiel, ist das ja. Ah, hi, Yumi, guten Morgen. Gerade. Moin Yumi. Äh, ist das ja bei so einem Spiel, ist das ja in Ordnung. Dann passt das ja, so ein Request. 700. Inno 700. Dann mache ich den, wenn ich mal eben schnell an. Den Mobot. Also das mit dem Rucklein, das scheint nun mal als Problem zu sein. Irgendwie. Keine Ahnung, was das wohl sagt. Witzbold, warum Witzbold? Was denn? Hast du schon mal das Böses angestellt, Croax? Ne, also nicht, dass ich wüsste. Außer es ist eine Anspielung auf das Guten Morgen. Achso. Moin, ich kenne eh keine. Ich brauche es nicht, weil Croax hat die... Was? Bei Croax habe ich die Lecks, aber nicht. Der nimmt aber auch mit X-Bit auf. Kann natürlich sein, dass das daran liegt, weil er mit X-Bit aufnimmt und bei OBS das vielleicht nicht so gut hinbekommt. Es kann ja sein, dass bei mir einfach alles allgemein mehr Leistung hat als bei dir. Warum? Ich habe keinen Schichten-PC, mein Freund. Das weißt du. Du weißt, dass ich keinen Schichten-PC habe. Ah, ja genau, also er spielt auf das Guten Morgen an. Wie gesagt, ich muss jetzt da mal ganz kurz... Ich schaue mal schnell auf die Map. Damit ich weiß, wie ich da meinen Tunnel graben muss, meinen nächsten. Soll ich die Map wieder im Stream zeigen, die wie im Moment ausschaut? Ich frage mich mal, ob er Skype kommen will. Oh, da hat sich aber jemand ein bisschen rübergraben. Jetzt muss ich mal Deckis Brücke aus Schaums... Wow! So. Ich bin der Einzige, der immer von uns kein Dach hat. Wieviel habe ich eigentlich noch? Wie viel? Ach, ja, genug Stein. Denke ich mal. Jetzt pass mal auf... Damit ihr das auch alles schön seht, mache ich dann extra noch mal ein Capture. Schade, dass bei Rooster das Multitwitch nicht funktioniert. Blackjaw, willst du Multitwitch nutzen, dann poste ich einen Link nochmal eben kurz rein. Für dich. Weil Kroavs ist nämlich auch gerade im Stream. Ja. Lang, oder? Ja. Was lang? Die Brücke vom Decki. Ich zeige das mal kurz so im Stream. Ja, wie ist das? Alter ist das hier viel Kohle gerade. Kohle, 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 Kohle. Weiß nicht, woher das kommt, das Kohle, Kohle, Kohle. Also das ist eh ja. Hab den Link noch oben. Ah, gut. Und links und rechts und rechts und links und so. So. Ach ja, Leute. Das wird übrigens, es ist halt so sagen, der normale Stream, weil heute Abend stream ich nicht. Weil nämlich dann... Du streamst halt auch nicht. Warum? Na, weil, 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 weil Azurion das streamt. Da wird doch... Du, die Mugen spielst. Hey, ihr macht's mich voll fertig. Echt? Warum? Nerex kann nicht streamen, weil der Computer kaputt ist. Du streamst nicht. Guck doch bei... Der ist, glaube ich, streamt heute auch nicht. Guck doch bei... Bei... Bei Azurion. Ja, aber du weißt doch, dass ich nicht jeden mag. Ja, aber der wird sich wahrscheinlich bei Toodomoon anders verhalten als bei Pokémon oder so. Weil Toodomoon ist ein viel ruhigeres Spiel, er kann ja nicht so abspacken. Also von daher. Da kriegst du auch mal einen Eindruck von Toodomoon, wenn du das mal selber spielen willst. Das Spiel ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Jetzt gibt's erstmal ein Bier hier hin. Bleib da nicht bei dem Strich in der Landschaft. Genau, von Gronkh, von das Kohle, Kohle, Kohle. Was sagt dann eigentlich mal Skype-Krutsch? Bleib bei einem Strich, Yumi. Das bleibt definitiv bei einem Strich. Das ist ja nur die Brücke zum... Ich bin nicht zu Hause. Achso, das war die Minecraft-Konfi, irgendeiner. Toomy schreibt keiner zu Hause, Kitty schreibt, bin nicht zu Hause. Ja. Ja, wahrscheinlich wegen Anrufen und nicht auflegen oder so. Ja. Kommisding. Ähm, genau, ich wollte schauen, wo ich hin muss. Und zwar... Da. Hm, Black Shore, ich würde es eher noch mehr ein bisschen Richtung Spiel betiteln, Toodomoon, weil er sagt, ich hoffe immer noch zum Player, als es wirklich eine richtige Vision Novel wäre. Weil du hast ja immer noch die Rätsel. Du hast ja immer noch diese, du hast immer noch diese, oder halt die Mementos aufdecken muss, diese Rätsel in den Frumstrichen. Es ist zwar ganz wenig Gameplay, aber... Es wird ein Killer-East von Denke verposten. Ah, okay. Askoas kann sich beruhigen, kommende Woche gibt es wieder Erziehungsmaßnahmen. Hä? Keine Ahnung, was er da gerade meint schon wieder. Das musst du dran gewöhnen, der LARP hat immer so ein Bullshit. Dich? Nein. Wir. Nicht du, sondern, sondern Rooster. 750. Blackjack, wie auch immer. Ach, da. Dann geradeaus da rüber. Warte mal, 750. Ja, das ist mehr oder weniger genau da, wo Deggy aufführt. Also, wie gesagt, Vision Novels, die definiere ich dadurch, dass du halt wirklich nur, du hast bei Tudumu noch nicht mal eine Entscheidungsmöglichkeit, denn zur Folge wäre es ein Kinetic Novel. Also Kinetic Novels sind ja eigentlich Vision Novels, die keine Entscheidungsmöglichkeit haben. Von daher, möglicherweise, du hast fast keine Entscheidungsmöglichkeit, du hast ja nur eine einzige Entscheidungsmöglichkeit, also zwei Stück eigentlich nur, die noch nicht mal die Story beeinflussen, ist es so sehr. Also, es ist an sich eigentlich mehr ein Kinetic Novel, als ein Visual Novel. Und dafür hat es immer noch viel zu viel Gameplay.